Hallo und herzlich willkommen zurück zu Trouble Terrorist Town. Ich holte mal als erstes Einleitung, hallo. Zusammen mit dem Dardoch. Hi. Der Anne. Hallo. Dem Dardoch. Guten Tag. Franz. Hallo. Horchi. Hey. Der Julia. Hi. Dem Kapuzentum. Ja. Crabsy. Hallo. Marv. Hallo. Nightshave. Hallo. Biva. Hallo. Und der Widerwolf. Hallo. Ich hab ne eigene Schiebung. Ich geh lieber direkt umschieben. Ich hab ne eigene Schiebung. Ich hab ne eigene Schiebung. Ich hab ne eigene Schiebung. Kann man abdich explodieren? Wenn ich jetzt in der Welt werde ich mich so vertöten können. Ja. Okay. Oh. Oh. Der Tod. Oh. Schiebung ist es. Biva. Er ist mit ihm rein, oder? Das war aber nicht so smart wenn die schon früh schon junge Dame weißt. Ich hab Schiebung. Ich hab Schiebung. Was geht? Oh. Oh mein Gott. Ich bin so dumm. Oh. Nein. Mein Hund ist tot. Nein. Das ist komisch. Das ist komisch. Nein. Das mag er sonst nicht. Das mag er sonst nicht. Das mag er sonst nicht. Ich hab ein Apfel dabei. Oh. Ich hab ein Apfel dabei. Oh. Halt ihn fest. Halt ihn fest. Mit dem Apfel. Ich versuch's mit dem Apfel. Er mag ihn nicht. Wir müssen's nochmal probieren. Oh. Ein Schwein. Wo kommt das Schwein her? Oink 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 oink. Oh. Wo bin ich denn geflogen? Oink. Frisches Wasser. Frisches Wasser hilft. Ein oink. Du stehst vor Dynamit. Jemand hat meinen Toten Hund geklaut. Oh. Es steht. Es steht. Ich hab's geschafft. Es steht wieder. Oh man hat meinen Toten Hund geflogen. Was ist da unten kaputt? Warte ich bin in die Hand. Ich bin heute geflogen. Oh. Hipschwein. Auchin hat der rauf gefreut. Ohchi hat auch nicht geschossen. Nein bitte nicht. Der greater you can confirm or not. Nein ich bin's wirklich nicht. Nein ich mein du hast Ja. Du hast ja gesagt das nicht lieber ist. Das war. Aber warum hast du gerade die Traitor leiche hingebracht. Das ist wirklich. Nein das ist der einstrengende. Nein das ist der einstrengende. Nein das ist der einstrengende. Aber er würde schießen wir doch. Nein das ist der einstrengende. Es war einfach dumm. Es war so ein mega heftiger Fehler. Ja nein nein das ist der einsteigende. Schieß ihn einfach mal. Hallo knighted ich hab dir was gebracht. Leute, ich hab Herobrine gefunden! Herobrine lebt! Der Mythos ist wahr! Der Mythos ist wahr? Oh Gott! Wo? Marv! Marv! Marv, das tut man nicht! Marv, das tut man nicht! Ich bin Randale, Marv, ey! Verdammt! Lightcheck! End? Nicht, bitte nicht! Ich bin noch Nightshade! Och Anne! Ich war's nicht! Detektiv Anne sagt Nightshade frei zum Abschuss! Der Detektiv hat gesagt, okay! Also Leute, ich bin's! Ich geb's zu! Kommt mich holen! Wo ist er denn, Anne? Ich erschrecken, Anne! Ich hab's dir gesagt! Ich erschrecken, Anne! Ich war grad im Haus! War er grad im Haus! Bin ich jetzt tot? Er legt dann hier noch an, Anne! Such ihn doch! Da los! Das ist mit Grants! Nein, ich bin's nicht! Da legt einfach auf ihn Steve! Ich glaub's ja! Kommt da? Feiner! Nightshade! Wissen wir doch schon! Hab ihn! Jetzt hab ich mein Gewissen reingewaschen! Wutsch! Oh, er legt nen Apfel! Hier ist Steve! Scheiße, jemand hat Steve getötet! Nee! Wo bist du Grenz? Hier hinten im Haus! Ey! Bist du der Letzte oder was? Nee! Wo bist du? Hier! Oben! Ganz oben! Ich weiß, ich hab dich gesehen! Der schießt auf dich! Ja, was schießen wir? Ich sehe nichts! Und? Also, Yuya war's nicht! Oh mein Gott! Ich glaube, Chico war's! Wie sicher bist du dir? Nichts sicher, aber sie ist so still! Ist sie auch tot! Und sie war in der Nähe von Anne! Sie ist immer noch so verdächtig still! Entweder ist sie es oder jemand anders in ihrer Form! Ich glaube nicht, dass sie so still wäre! Raps ist auch tot! Oh, ist die Map anstrengend! Du siehst ja nichts! Grablehook! Grablehook! Ich bin das! Achso, okay! Drücken sie F für die Taschenlampe! Ah! Da oben! Da wird geschossen! Okay, es ist wirklich Chico! Okay! Och, Julia! Geht gar nichts! Damn! Julia! Komm schon, ey! Ich bin festgehangen! Dadurch tut mir echt leid! Was ist das? Das ist das zweite Mal heute schon! Ja, heute ist echt nicht mein Tag! Was hätt ich denn machen sollen? Was hätt ich denn machen sollen? Ich steig oben aus dem Turm! Ich hab dich ja gesehen! Du guckst die ganze Zeit in meine Richtung! Chico läuft hoch! Ich sterbe! Ja, ich hab sie nicht gesehen! Da steht direkt Anne! Ich hab sie nicht gesehen! Ich sehe so wenig hier! Ich bin immer unschuldig! Chico? Ja? Hallo! Hallo! Ich bin dann auch im Nachhinein gekommen! Der ist ja schon lange vorbei! Wollte ich sagen eigentlich, dass dieses Minecraft-Männchen Steve heißt! Das finde ich voll krass! Das ist ein Insider! Du hörst mich echt! Ich weiß ja jeder! Das weiß ich! Ich wusste davon nie gehört, ey! Oh Mann! Das sogar Kranz das Wuster hat mich sogar ein bisschen traurig! Das kommt! Das kommt! Das kommt! Bei jedem anderen ist das okay! Cool! Das sollte man wissen! Das kommt ja direkt neben der Geburtsurkunde! Kommt da auch noch hin! So! Wer weiß es nicht! Digo! So! Ja ne! Hallo Julia! Herr Marf! Willst du mal den hier? Ey Julia hier ist der Traitor! Willst du mal den Traitor? In Minecraft hauen das absolutes Waffenverbot! Sollte man einen echten Traitor zeigen? Sollte man einen echten Traitor zeigen? Sollte man einen echten Traitor zeigen? Sollte man einen echten Traitor zeigen Julia? In deinem Traitor-Mobil? Wow! Und jetzt gehen sie weiter! Dann sehe ich über eine Strafe hinweg! Ich mache jetzt hier ein Strobokap aus dir ey! Oh Gott! Zack, 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 Zack! Wie vieles war! Geh weg hier! Strobokap! Zack, 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 Zack! Zack, 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 Zack! Er schieß! Waffe! Das macht frei zum Abschuss! Vita hat auf Schigo! Vita... Nein! Sie haben eine Abschuss! Dann es ist Vita. Vita, Vita hat auf Shigo geschossen. Was jetzt? Vita hat auf Shigo geschossen. Leute, da vorne ist Vita bei euch. Schießt mal Vita ab. Der muss bei euch in der Gruppe sein. Achso. Aber er hat auf Shigo geschossen. Arne, geh weg. Arne, geh weg. Das ist doch Marv, wenn ich tot bin, jetzt ist es Marv. Da liegt der Vita, Vita, wenn ich die jetzt... Arne, wenn ich jetzt nicht tot bin. Oh, da los. Warum, oh je, oh mir ist keiner tot. Hier ist keine Leiche. Horch ist tot unter mir. Wer schießt da, wer ist das? Das stimmt gar nicht. Hier war da ein anderer. Kniveshade ballert die ganze Zeit. Alter, ich komm nicht klar, ey. Ich sanziere mich von dieser... Scheiße, hier ist jemand tot. Ey, wer ist das? Nein, 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 ich bin Detective. Scheiße, das kann... Das ist nicht wahr. Kapuze, ich fordere einen DNA-Test an. Mach mal bitte DNA-Test. Okay, okay. Nein, Kapuze mach es nicht. Grants muss dich erschießen. Nein, Grants hat ihn erschossen. Er macht immer wieder den Fehler. Tut mir leid, Kapuze. Mann, ihr Säcke, ey. Ich ruf immer noch. Mach es nicht. Mach es nicht. Hallo Traitor am Leben. Ja, sehr gut. Warum war Dallus den A bei den Leichen dran? Sorry, Gott. Als Einziger. Er ist halt sehr freigiebig damit, ey. Den hab ich denn ein bisschen voll zerfetzt, eigentlich. Also, Vita Wolf hat auf Shigo geschossen. Shigo hat darauf auf mich geschossen. Dann dachte ich vielleicht, Vita weiß, dass Shigo Traitor ist und ich hab Shigo erschossen. Ja, das hab ich nämlich auch gesehen. Ist jetzt nur gelaufen. Habt ihr in der Ahnung gesehen. Dann, ich guck aufs Scoreboard, seh noch fünf Leute neben Kapuzen. Wo macht man DNA-Scan? Nein, nein, nein. Ich hab's doch in der Sekunde gedacht, dass es eigentlich ziemlich gescheit wär. Und da war ich jetzt so. Marv, bist du in die Traitor-Halle von mir geraten? Ich hab ein Schwellchen. Nee, ich wurde draußen abgeschossen. Sag mal bitte, warum wolltest du mich frei zum Abschluss setzen? Ich hab beide den Ass zu scannen, deine, 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 deine Leiter. Ne, ich dachte, du hast ihn gesehen, als du hoch kamst. Nee, gar nicht. Das zahlst du? Äh, ich häng da was. Die ist richtig fett. Warte, ich hab ne Disco, warte. Das stimmt, ja. Das ist ne Heiliger gewesen. Bleib hier stehen, dann siehst du es ja. Oh, ich bin tot! Hab's geklappt? Nee, warte, wenn Dalu eigentlich rumläuft, dann... Warte, nochmal. Hier ist ne Leiche, Shigo ist hier unten schon tot. Ja, ich hab, das war mit ne Sniper. Bei der Lava, bei der Lava. Ich mach jetzt nen großen Fehler wahrscheinlich. Nein, nicht auf mich schießen! Nein, komm her! Ah, ja, komm her! Hier, und das? Was ist das? Ah, der Taser! Ja, das könnte klappen. Ja, aber mach die Tür auf, sonst geht das bestimmt nicht. Sonst wirbt er doch wieder. Er ist so im Türrahm eh sicher, oder? Nee, hat geklappt. Wunderbar. Hat er getasert, so. Ja, weil er den Fekte festhängt, er sitzt frei. Achso, okay. Darf ich zum Abschluss bitte. Der Hut hängt dann... Er ist frei zum Abschluss! Jetzt grab's noch, ey! Taktiv schießt um sich! So! Bist du hört? Ja, gib ihm doch den Taser zurück! Was sind das für die Leute bei dir, Marv? Ähm... Kann er behalten, wurde mir gesagt. Wie bitte? Leute, wenn ich nachher tot bin, und Dalo läuft jetzt erst ich rum, durchs Messer, passt bloß auf. So Messer? Er kann mir jetzt ganz nah an mich ran. Das heißt, er kann alles gemacht haben. Er kann mich gemessert haben. Er kann alles mit ihm gemacht haben. Was muss Marv? Du blockierst mit dem Gesicht! Ich sag's nur! Patroni mal Starloare, kein Wahnsinn! Dann gibt ihm keine Stungun, aber es ist zu spät. Stungun ist sowieso im Laufen fast unmöglich zu treffen. Ja, schon, schon. Ah, ey! Sind wir tot? Ja, der Chico! Ja, Chico! Chico ist tot, klar. Chico ist tot, klar. Sind aber mittlerweile noch mehr da. Da war einer gescoutet! Entweder vom Turm oder vom... Oh, ich hör's, ich hör's, ich hör's! Von drüben irgendwo! Sag doch mal da! Sag doch mal was, Vita! Von wo? Vita ist tot! Vita, von wo? Vom Haus, am Dach! Da wo Dings ist, Dalu! Also, was? Chico ist tot, okay! 1,2,1! Der Enderman ist auch tot! Chico war das! Nein! Krass, der hat einen Enderman! Weißt du, was ich geil finde? Weil hier liegt ne Ender-Perle auf dem Dach, wenn du die Wirkung der Heliport ist. Oha! Oha! Ist überall Enderman gesport, Alter! Und da ist der Ender-Dragon! Nein! Ich hätte den Ender... Ich hab die Ender-Perle nicht geworfen! Das war mal... What the fuck! Boah, Alter! Oha, Mann! Das ist ja creepy! Das ist richtig creepy! Oh, Gott! Das ist echt creepy! Wir greifen gleich an, ey! Vorsicht, rechts von dir, Vita! Ist auch noch einer! Jedes Mal, wenn man sich vorne nicht hinterläuft, klau jetzt die Leiche! Vorsicht! Ich hab Angst! Ich will nicht mehr! Was ist der eigentliche Feinde? Ey! Der Enderman hat mir voll Schaden gemacht! Ey! Ey! Da ist ein Ender-Dragon, ey! Wo ist der? Ja, da! Überm Wasser, der Ender-Dragon! Leute, ich bin allein mit da! Wo? Diehst du nicht den fetten Ender-Dragon? Ist doch klar, ey! Ja, da liegt ja im Wasser! Gehört ja eh keiner, ey! Treff's doch! Leg ihn da rein! Ah, okay! Toll, die Leiche kommt wieder raus, Kranz! Das bringt nichts, guck! Achso! Ne, man kann sie nicht aufheben! Doch, man kann sie aufheben! Soll ich mal den Knopf hier drücken? Warte! Jetzt! Nein, warte! Jetzt! Ich weiß nicht, was weg geht! Scheiß doch mal! Er lauft euch! Aua! Ich wurde anges... Ich hab den Kopf der Silent Sniper einfach! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Ich stand genau überall! Die Silent Sniper ist wirklich so kaputt, so Dinge! Die Kleine Ahnung! Und vor allem schießt er auch erst auf mich! Und ich glaub der letzte ist übrigens Anne! Was? Nein! Anne ist hier gerade bei mir! Nein! Ich bin's nicht! Ich seh den Ender-Drachen leider nicht! Stimmt! Anne ist es wirklich, weil die hat den Schwimm-Bug! Ah doch da! Ich bin's nicht! Außen am Wasser ist er schon! Ich schieß das auf den Ender-Drachen! Franz ist es! Ist der sogar echt? Also massiv? Man kommt nicht hin! Ach schade! Wo ist der denn? Der steht hier! Nein, Marv? Nein! Oh fuck! Wir haben den Ender-Mans aber saucool gemacht, ey! Find ich geil! Ach da! Dahinter steht er! Okay! Ah, ich bin runtergesprungen! Wo könnte Marv jetzt sein? Craps, ich seh genau was wir hier jetzt alle mit vier Leuten! Gleich kommt ein Molli und wir sind weg! Ich hab kaum mehr Leben! Da ist Anne! Ganz mal! Bin das nicht! Anne ist es eh! Nein! Julia! Julia, ich will dich nicht töten! Dados! Will dich auch nicht töten! Du hast einen Schuss, hast du drei Wehe! Ich weiß! Du hast den ersten Schuss und danach weh ich mich! Also ich bin voll klingend, ne? Also versuch! Ist ja auch kein Leben! Ist ja voll unfair! Ja, wenn du mich mit einem Schuss tötest, hast du ja gewonnen! Ich hab ne Ender-Perle! Also setzt alles auf einen Schuss! Dann schmeiß die Ender-Perle doch! Auf den Drachen! Denk an Leute, wenn ich tot trich! Auf den Drachen! Julia! Was denn? Ich hab nix gemacht! Hallo, lebt noch! Hallo, lebt noch! Hallo! Sie hat's versucht! Dann hab ich doch zurückgeschossen! Ja, komm! Ja, komm! Ja, komm! Ja, ich hab's versucht! Hä, Nightshed! Ich war die ganze Zeit hinter dir! Echt Kapuze! Schießt der einfach auf mich! Na hab ich nicht! Da wollte ich doch mal ne Fliege und weg sein! Du hast doch kaum ne Chance, mich in der Halle zu erwischen! Doch, du warst doch dann in der Halle zu erwischen! Ja, super! Aber Nightshed und ich haben's eh gesehen! Wir waren da oben auf dem anderen Ball! Richtig! Wir waren Zeugen! Du hast kaum ne Chance hier! Ja! Ich war direkt über dir! Das gibt's doch nicht! Du musst diese Items benutzen, Julia! Da gibt's ein paar Geheim... Gerade die Bärenfalle ist bei Nacht bestimmt sehr gut! Ja! Gibt's ein paar geheime Items! Du musst dann mit! Oh, das nehmen wir mal weggekriegen! Ich werd's trailer! Ich bin halt daheim angekriegt! Bist du in die Lava gesprungen? Nein! Ich bin in ein tiefes Loch gefackelt und hab die Lava gewischt! Ja, ich auch! Okay, Craps hat auch geschossen! Ich werfe jetzt die Enderperle und gucke, ob das wieder funktioniert! Enderperle los! Enderperle fliegt im Sieg! Ich hab den Enderman! Ich hab ihn! Ja, ich sterbe hier unten, der immer die Instinkorfen hat! Ich hab nen Creeper! Sehr gutes Ding vor der Runde! Erstklassig! Daumen hoch! Julia, schau mal! Was denn? War das gewesen? Oh, ich hab den Enderman eingefunden! Darf ich den haben? Versuch den Enderman zu töten! Oh, siehst du, siehst du! Siehst du, siehst du! Nimmst du mir den zur Gamescom mit? Ich lebe mich mit zu geben! Wie schaff ich nur für dich? Danke! Na ja, noch lebe ich, aber so gerade! Oh, Trauer! Ja, dann lass dich doch heilen! Oder so! Ja, also... Oder er kauft doch die... Dann kauft er doch die Heel Grenade! Ha! Hier, guck mal hier! Oh, der ist aber schön! Das ist doch hübsch, oder? Was? Wo ist denn die Enderperle? Der ist... Der ist super... Der ist super... Ich hab ihn dir als Frieden sein gefunden! Ok, ok... Ich hab keine Ahnung, aber die ganzen Enderman sind halt nicht da! Hallo Shiva! Ja, das muss... Nein, aber die Enderperle mehr wie jede Hunde! Oh, nee! Ich hab einen Monster-Spawner gefunden! Ja, unten im Keller! Also ich hab die Enderperle wieder, ich werf sie mal ins Wasser! Der ist hier in die füge Ecke! Hast du das Grenze? Ja! Die Enderperle liegt jetzt im Meer, oder ist es nicht? Nein, ich bin sie schießt, oder? Hier ist auch noch ein Enchantment-Table! Nein, wir haben noch Frieden! Der Enchantment-Table ist ein Knopf! Ist das ein Traitor-Knopf? Ja, ich hab da auch schon noch hingeklickt! Hallo! Confirmed! Hallo Enderman-Boh! Hallo Enderman-Boh! Und das war grad nicht! Ja, wieso? Jeder kann das drücken, es passiert doch nichts! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Was machst du die ganze Zeit da? Biva! Machst du die ganze Zeit! Mir an der Nase kratzen! Was machst du da? Ich war sehr verdächtig, um wie erst reifste fast auf Gäste! Das ist der Schweinteil. Anna hat Schwein gehabt. Ich stehe auf dich, Julia. Ich stehe auf dich, Julia. Die machen mir Angst. Ich bin da. Einer ist schon tot. Creeper was killed bei Vita-Wolf. Er ist frei zum Abschluss. Wo ist denn die Leiche von dem Vita-Wolf? Er hat bestimmt geschehen. Er hat doch gesagt, er ist von der EZ gestorben, die am Anfang geworden ist. Er ist nicht gestorben. 40 hat er aufgehört. Ich kann das auch. Ich rede die ganze Zeit hier doch eh nicht zu, ey. Bist du dir da ganz sicher? Da schweine ich auf ihm, Anna. Da schweine ich auf ihm, das von mir steht. Hilf mir, Tigo. Ohne, dass hier irgendwas getan hat. Da schweine ich auf ihm, das geht nicht. Hilf mir, Tigo. Da unten in dem Loch. Hilf mir, Tigo. Ich baue doch heute ein Kunstwerk. Oh, ich schieße auf das Schwein. Ich schieße auf die, aber das geht nicht kaputt. Da unten drunter ist ja der Creeper. Das ist eine Discombo. Das ist keine Discombo. War das keine Discombo wahr? Ist weg. Bleiben wir, Fian. Oh, das Schwein ist weg. Wenn euch jetzt weggeht, dann komme ich vielleicht auch wieder. Wow. Was war das? Vita-Wolf Schuss. Sieben Lebenspunkte! Voll auf meinen Kopf! Voll auf meinen Kopf! Nein, Vita. Galoo-Card ist es. Und der andere ist... Shiva ist frei zum Abschluss, Leute. Ich bin nicht tot. Nein, du bist das. Shiva ist... Hä? Gott, ey. Shiva, warum? Dadurch hat eine Granate geworfen. Shiva, wieso? Ich? Ja. Sieben Lebenspunkte, Leute. Warte, komm, aus deiner Richtung. Hab's doch genau gesehen. Die Anne. Liebe Anne, Anne hat doch grad jemanden erschossen, oder nicht? Anne? Meine Augen sind verbrannt. Du bist der Böse. Grants? Warum hast du den erschossen? Vita hast du ja gekillt, ne? Ja, Vita ist tot. Komm mal runter in den Ketter. Warum? Anne hat ein Nightshade abgeknallt. Ja, Shiva ist tot. Und ich hab Shiva gekillt. Und Shiva war Traitor. Erzähl dich hier, mein Junge. Nein, Shiva war nicht Traitor. Sie war in einem Theaterraum und hat meinen Namen gerufen und hat mich geschossen. Die Anne hat gerade die Krabs gekillt. Ich hab die Anne hat gerade die Krabs gekillt. Aber Anna schießt die ganze Zeit ja auch, Leute. Ja, die Headcrap. Okay, das macht 10, weil das sind wirklich noch Headcrap. Ja, weil die hat auch den Nightshade umgebracht. Hab ich gar nicht. Jawohl. Wenn, dann hab ich's nicht mitbekommen. Dann entschuldige dich zumindest jetzt. Entschuldige, wenn der Nightshade das fliegt. Oh, Leute ey, wir bluten die Augen hier. Vor allem die zwei Augen einfach so. Wo soll die Leiche denn sein? Von Shiva? Ja. Welcher Traitor hat das auch immer gewesen? Ey, der hat mich voll weg und beinahe weggespringt. Aber wo ist die Shiva? Wo ist die? Tod. Achso, sie ist schon tot. Na gut. Also was ist da? Von Dalu bist du Dalu? Nein. Nein, ich find die nicht. Wenn Treppe runtergehen, da wo die Creeperfalle ist. Ich würd nicht runtergehen. Er hat sicherlich nur ne Falle gelegt. Ich geh auch runter. Ich geh jetzt runter. Nein, da ist ne Falle. Da ist genau. Anne, ich bin kein Traitor. Wenn ich nicht, wer dann? Das ist ne Falle. Du fällst direkt in so ein Loch und stirbst. Aber ich bin es halt nicht. Da ist die Leiche. Da ist die Leiche. Ja, sieben Lebenspunkte hab ich noch. Alter, ich häng ja total fett. Ich weiß nicht immer so verdächtig an so. Ich seh das. Ey! Grenz, Grenz, pass mal auf eben. Ich seh eh fast nix. Grenz, komm mal raus. Ja, kann man nicht. Der Gang ist nur einen breit. Dann geh du zurück. Ja, geh du doch zurück und lass mich raus. Grenz, 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 Grenz. Das war nicht dadurch. Das war nicht dadurch. Anne, lebst du noch? Anne, der schießt mich jetzt gleich. Anne, lebst du noch? Ja, noch. Dann ist es Anne. Crepsy, lebst du noch? Ja. Anne, ich hab echt gedacht, das was ernstes ist. Aber wer ist da gerade gestorben? Ich weiß nicht. Geh weg da, hallo. Geh, Anne. Grenz, ich hab übrigens zwei in den Sniper, ne? Du bist doch schon fast. Du musst noch eins. Von den Dings gefunden. Wir werden schon lange durch, Anne. Wir werden schon lange durch. Anne, es geht ganz schnell. Du merkst es. Julia, lebst du noch? Ja. Anne, wir werden hier schon lange fertig. Ah, die Julia läuft mir nach. Julia, du hast da das. Ah! Oh fucking hell! Die ist von oben gekommen. Von wo? Die ist von oben gekommen. Oben von dem... Übern Haus. Überm Haus. Da war Marv oben. Abi. Wer war's, wer war's? Marv war's. Da ist der Ding geworfen. Ist klar. Der Kampf da unten. Wie war rum? Ich bin in meiner eigenen Bärenpalle gelaufen. Ich hab's nicht auf dich gewossen. Ja, aber irgendjemand hat da nicht auf dich geschossen. Ja, aber das war nicht ich gewesen. Ich hab... Hab ich den Hut weggeschossen? Das war ja wohl, ey. Das Traitor-Dream-Team. Ich sterb an meinem scheiß Headcrab-Launcher, den ich selber abteuere. Dadurch renne ich seine eigene Bärenpalle. Ich hatte nach deinem Headcrab-Launcher noch sieben Lebenspunkte. Wie habt ihr den Marv jetzt eigentlich confirmed? Wer hat die Granate geschmissen? Ja, Chigo hat mich auch gesehen, wie ich den Molotov geworfen habe. Ich hab nach vorne schon gesagt, dass er einen geworfen hat. Äh... Ja, ich weiß, aber das kann ja... Wenn einer das sagt, kann das... Hallo, Anne! Da musst du lauter brüllen, ne? Damit man dir glaubt! Ich muss voll aus der Heuchel sein und so... Oh Gott, Leute! Woll ausrasten. Oh, wir haben das Taxi-Fass heute, glaub ich. Ich war nicht... Kann man ertrinken? Ja. Ja, schon. Okay. Probier's lieber nicht aus. Die Anne. Nightshade. Wer ist da da? Ja, lass mich da mal empfehlen, bitte. Der Nightshade. Der will immer schon alleine. Wieso wollt ihr das? Baby-Torch. Wie, du hat grad wen umgebracht? What? Nightshade hat auf Kapuze geznebeln. Ja, ja. Ja, Nightshade. Oh, da... Was ist da? Was ist da? Peter ist im Traitor-Menü. Au! Ja, ich war da. Ja, ich war da. Ich war da. Ich war da. Ja, ich war da. Ja, ich leb noch. Aber ich hab die Schüsse von oben gehört. Ja, da war nur da, nur. Warte, ich bin da. Warte, ich bin da. Dann ist da nur Traitor. Ey, hallo, Detective. Hey, Horchi, Horchi, Horchi. Hier rein, hier. Ja, ihr seht's doch. Ich war da. Horchi ist tot. Er hat ne Granate geworfen. Ich dachte, er wär Traitor. Unter uns. Was ist unter euch? Der Traitor. Ganz unten. Ganz unten, ne? Julia, wenn ich... Ja. Komm raus. Die ist voll mutig. Oh, ne. Ja? Blöd. Ist Anne frei zum Abschluss? Noch nicht. Anne, bring mich um. Da oben ist ein Apfel. Den hab ich schon runtergenommen. Das geht mit dem Magnetostick. Ja, du kannst ihn auch einfach runterschießen. Immer nach unten. Was machen sie hier, Anne? Wollt ihr einen Apfel runterschießen? Wollt ihr einen Apfel runterschießen? Schau mal nach. Warum schießt ihr denn vom Kopf? Nein, der Apfel ist in den Keller gefallen. Schau mal nach, wer es ist. Ich bin unten, ich bin unten. Guckt ja keiner. Chigo schießt auf... Chigo schießt auf... Chigo schießt auf... Chigo ist es, Chigo ist es. Ja, schwarz von einer Seite der Apfel. Chigo ist es hundertprozentig. Leute, hör zu und confirm bitte, was ich sage. Chigo ist Traitor. Chigo ist laut. Chigo ist laut. Chigo ist laut. Ja, dann confirm. Kann ich nicht, ist in der Lava. Doch, kann ich. Die kommt jetzt mal wieder raus. Hattet, hab sie. Ja, sehr gut. Chiba. Chiba, siehst du das? Bist du Traitor, Chiba? Vorsicht. Bist du Horchi? Ja, ich bin Horchi. Ich kann die Stimmen noch nicht aus normal halten. Aua, Anna. Grain, Julia. Anna. Anna ist gemein, Henrik. Anna ist gemein. Ja, ich verstecke mich hier, weil ich bin fast der Trug. Kapuze, wen hast du umgebracht? Ich habe gar nichts umgebracht. Ach Anna, ich hatte alles da gehabt, okay. Aber du stehst da doch dir nicht. Ja, ich stehe hier, weil ich habe geschaut, wer um die Ecke ist. Craps vertraue ich mich. Warum? Ich habe nicht mal geschossen. Ich habe nicht mal geschossen. Ja, das musst du zum Grand sagen. Da verwechselst du sowas. Einer trinkt gerade einen Flopper unten. Nee, ich trinke noch was. Keine Hektik. Ich trinke. Ich trinke noch was. Ich trinke noch was. Ich trinke noch was. Hallo, Enderman. Anna, auf zu piepsen. Anna, auf zu piepsen. Wer darf denn jetzt erschossen werden? Ja, Anna, alles. Du piepsst, weil der Radar piept die ganze Zeit auf deinen Gegrößen. Aber nee, du hast einen Traitor getötet. Grants, ey, hau ab. Grants, nein. Warum? Geh weg, Grants. Darf ich dir eine Impfie dahin werfen? Probier es aus, ey. Oh, du hast doch den Creeper getötet, Martin. Ja. Gibst zu. Ich opfe den jetzt dem großen Enderman. Ich bin doch mal die Enderman. Es passiert irgendwie nichts. Dalu, bist du noch da? Ja. Dalu lebt noch. Alter. Oh, Mann. Der Enderman hat mich fast getötet. Ja. Welcher? Ich bin clean, Alter. Der switcht immer hin und her. Ich bin clean. Der sinkt da. Ja, ich hab was. Ja, ich hab was. Ist ein Detektiv da, der mich heilen kann? Ein Detektiv da, der mich heilen kann? Ich bin nur da. Ich bin nur da. Warum sollte ich dich heilen? Hä, was? Kannst du mich heilen? Warum? Weil ich halb tot bin. Weil ich halb tot bin. Ja, das ist nicht klar. Aber warum soll ich dich heilen? Mach ich Schaden gerade? Ah! Was ist? Was ist? Was war? Seine Fußsohle war im Lama, ey. Smart rennen mit einer Leiche rum. Jetzt geh dahinten raus. Nein. Geh dahinten. Aua! Ich hoffe, dass es einen Cooldown gleich gibt. Was geht da ab, ey? Wer ist da gestorben? Warum ist Craps gestorben? Wer hat ihn da runtergefallen? Wer hat ihn da runtergefallen? Daniel, wenn ich jetzt hier abgeschossen hätte, ist das Julia. Ja. Nein. Bin's nicht. Wer lebt denn noch? Julia lebt noch? Marv lebt noch? Praktikamente. Ich kann mich nicht mehr bewegen, Leute. Traust du dich? Warum? Das ist der Afka. Wo kommt das denn? Leute, kann mich einer abknallen? Ich kann mich eh nicht mehr bewegen. Du bist Traitor? Ich häng in der Textur anscheinend. Wo bist du? Nein, die Disco wird... Dreh dich mal oben und schau mal auf den Boden. Da ist Marv. Hä? Nein, Marv hat mich gerade hier mit Hunden beschmissen oder so. Und dann häng ich in der Textur. Ja, warte, warte kurz. Ich bin doch nicht ganz fertig. Es ist ein Kunstwerk. Warte. So. Ah! Du wolltest... Du wolltest... Du wolltest sie schon wieder haben! Die Leiche! Ich... Als ob ich weggehe! Warum, ey? Warum? Warum? Okay... Das ist ein Dardoch! Bei mir! Ich bin hier! Kommt ruhig rum! Dardoch! Ich hab mein Steck kaputt gemacht. Warum? Ich wollte dich da drunter verstecken, dass die Traitor dich nicht finden. Ich wollte dich einbauen. Ich wollte uns beide aus dem Spiegel nehmen, damit ihr auch mal geblieben. Dardoch? Ja, bitte. Ich hatte leider nur Leichenteile dafür. Also, an meiner Technik muss ich noch ein bisschen feilen. Ja, nehmen wir mal bitte ein paar große Blätter, ja. Aber Anne, warum tötest du mich einfach? Die Frage ist eher, warum stirbst du nicht, wenn ich dir dreimal erst direkt daneben geschossen? Ich hab auch komisch gezielt. Oh, ich hab dich daneben geschossen. Man hat gesehen, wie dein Blut... Einmal hast gekocht, dann hab ich noch sechs Leber so gehabt danach. Toll! Ich bin mit dem Bender... Krabs hängt fest. Ich hab gehalten. The Banderman... The Banderman... Sagst du auch noch so? Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Ich verrate Menü gewesen. Nur hat er abknallt. Krabs ist im Traitor-Menü. Ich weiß ganz deutlich. Aua, ich hab Schaden bekommen. Oh, ich gehalte mich bitte. Ja, ich hab auch Schaden bekommen. Ja, ich hab auch Schaden bekommen beim Wutze. Krabs ist AFK. Stigo... Ja. Titanic-Szene. Titanic-Szene. Der steht nicht da hinten hier. Krabs ist auch gemütet. Ich war's noch nie. Ist der Krabs so sauer? Jetzt ist er wieder da. Ist du's? Ey, Dadas hat sich gerade alle geschossen. Der Rage Crab. Ja, was? Wir haben geschossen gerade alle? Ich hab nur noch 30 und ich bin Detektiv. Ist Anne frei? Anne ist wieder auf Stimplecke? Ne. Alter, was geht hier ab? Ist das hinter deine Kamera versammelt? Ich bin Detective. Mrs Anne, was war denn das, meine Liebe? Halt mich nicht raus. Wieso, wenn Anne ist hier ja Detective, wenn wir einen Detektiv in den Text diskutieren? Anne, Julia kann ich schon wieder... Ah, okay. Ich bin Geschossen. In Julia, hast du Heilung? Als Aufländer bist du da leider nicht drauf. Ich bin nie auf dich. Ja, mach mal bitte. Weil ich bin doch dein Detective Kollege. Ich bin nie auf dich. Anne? Ja? Trau ich mich, Julia. Was brauchst du? Weg, ich brauch ne Waffe. Manlio, Anne. Was brauchst du nicht schon da los? Damit ich besser... Der guckt schon, wie er so schießen kann. Oh, da war jemand zu mir. Shigo beschuldigt mich. Ah, der schießt mich. Ey, der Kanzler hat was geflogen hier. Oh, wir schießen alle. Äh, ich schmeiß die auf mich selber, oder was? Die wird von unten hochgeschmissen. Äh, ich hab auf Shigo geschossen, weil sie jemand erschossen hat, aber ich dachte... Gibt's hier keine Waffen? Doch, hier drinnen. Der erste Leiter, die er einschält. Nein, Schei, das darf doch nicht drüber. Holi, ich bin mit ziemlich sicher, dass du's bist. Nee, warte, warte, warte. Ja, warte, 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 warte. Dago hat Anna erschossen. Und ich hab auch... Hast du das Heal gekauft? Dago hat Anna erschossen. Wo bist du denn jetzt? Ich brauch echt Heal. Jule, du bleibst da drinnen, Jule, du bleibst da drinnen. Ich komm dann sofort. Warum schiffst you denn alle toten? Du bist sowas von verdächtig. Wer ist verdächtig? Ich versteh nix mehr, Leute. Ich bin nicht verdächtig. Das war grad ein Deathringer, gell? Hier, Deathringer, ja. Das ist Dago, weil Dago ist runtergefallen. Es ist Dago, Leute. Wer ist Detective, bitte? Nee, nee, nee. Nicht auf solche Spielchen einlassen. Ich versteh nix mehr. Julia, wo bist du denn? Mach doch mal hier keinen Mist, ey. Ich bin auf 18 HP wegen Dalu. Auch wegen mir? Ja. Ihr habt ja wohl einen am Mainz, ey. Wie der ist tot? Leute, tötet ihn doch einfach. Wo ist er denn? Keiner weiß ich nicht. Shiba ist tot. Oh, da ist ne Bedenfalle gewesen, ey. Ist ein bisschen kacke, ey. Was ist denn das zum Heilen? Dalu ist es. Dalu ist es. Dalu ist es. Wo ist denn das Ding zum Heilen, Leute? Dalu und nicht Crabz. Achtung Crabz. Ich glaub, ey, ich hab's nicht gemacht. Ich hab's nicht gemacht. Nein, wer schießt. Nein, ich hab ihn getötet. Hä? Hä? Ja, warum hast du's nicht gemacht? Ich hab ihn zum Abschuss freigegeben. Wo hat's denn hier gebrannt, ey? Wo ist denn das Heiling? Ist die da aktiv? Nicht mehr. Hast du drauf gefeuert, wahrscheinlich. Oh, da ist da. Ich hab's nicht zu heilen. Nee, die ist kaputt. Hast du's jetzt? Ja, wo denn? Ja, da, wo wir gerade oben waren. Da, wo du rumgeschwommen bist. Da, wo du rumgeschwommen bist. Ja, der Marv hat kein Leben. Was ist denn los? Ja, hier gegen den Molotow in die Luft. Oh, trau mir, ich renne, ich bin so ein Lüfterspiel. Der Vita? Hier. Ja, ist hier drin in dem Haus. Oh, danke. Weiter, weiter. Wie ist das? Noch einmal noch. Dieser Vita. Du kannst dich auch selber heilen. Kann ich. Mit der anderen Taste kannst du dich selber heilen. Marv und Vita, oder was? Was ist das denn bitte für ein Peppler-Servor, wenn man sich selbst heilt? Horchi, du bist das doch. Halt, 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 halt. Lass mich rein! Ja, ich wusste, du bist gesprungen. Geht denn hier ab? Ey, Horchi springt nie. Ich hab nichts mehr gerafft. Ich seh nur Shiko Anna erschießen, und dann schießt Shiko. Und dann war ich... Ich dachte, Shiko hätte mich erschossen, wer hat denn noch... Nein, Leute, Shiko hat dich... Nein, hat sie nicht. Ich saß in der dunklen Ecke, das war die beste Szene ever. Ich saß einen Meter neben euch beiden. Er schießt erst Anna, dann Shiko, dann kommt Horchi. Ja, Shiko war es eindeutig. Ich laufe hinter Horchi. Einen Meter hinter Horchi hau ich ab. Egal fes, und ich drehe mich grad und will schießen, hab ich schon den Kugel im Kopf gehabt. Voll gemein, ich konnte mir nix mehr sagen. Ich hab keines mehr gerafft. Und dann hinterher ins Horchi rumgelaufen, aber... Als Julian gesagt hat, Moment, warte, bin ich schnell wieder reingerannt, ey. Warum war es nicht? Ich hab nichts gerafft. Ich hatte auch nur noch 30, ey. Ich geh drauf. Oh nein, lass mich raus, lass mich raus. Du hast die Runden nicht zu raus. Jiva, beruhig dich. Also, ich musst dir erstmal dreimal tief durchatmen. Es ist ganz wichtig, deine neue Aufgabe. Du bist jetzt Detective hier. Ich bin da immer vorbei, danke. Drücke auf C und kauf dir als erstes den Radar. Nein, oh Gott, das verarscht dich vor. Nein, was hast du mit dem Radar hier? Verarsch dich, toll. Erst, erst den Strater. Ja, erst Strater. Kauf dir Radar, stirb, hast du... Hast du dir den Radar gekauft? Ich bin stuck, ich bin stuck. Nein. Der ist super, da siehst du die Leute auf der Karte. Wer hat die Disco ans Haus geworfen? Ich bin über die ganze Map geflogen. Ja, ich leb eh noch, er ändert aber nichts, ey. Wer bist du denn? Ah, das Ding hier, Anna, helfen wir mal. Nein, ich bin doch... Ja, ist er nicht tot, oder? Ja, ich hab in der Luft gerufen, ich bin tot. Ich bin auf dem Haus gelandet. Porsche ist es. Porsche ist es. Porsche ist es. Alle stehen hier rum in den Roten, ey. Da wollte er dich erschießen, Anna. Jetzt heil mich auf. Oh, hier wieder war der andere. Ich hab keinen Credits mehr für. Was? Wir suchen ihn hier, der ist der Trailer. Anne, der war hinter dir und wollte dich wegsnipern. Wer ist es noch? Wer ist es noch? Und ich stand hier. Ich stand hier an der Kiste. Ja, Julia. Ich stand mal vor ihm, ey. Ja. Stop, ey. Du bist bei mir wie Knapses. Wer ist es noch? Wer ist es noch? Ich glaub, Kapuze ist es noch. Ich hab den anderen Detektiv noch mal gerufen. Achso, war neu. Ähm, Kapuze ist der andere Trailer übrigens. Warum? Ich hab gar nichts gemacht. Ah, ist einer tot? Wer ist gestorben? Einer ist vom Dach gefallen, das hat sich übel angehört. Ja. Crenz. Crenz hat sich selbst in den Tod gestürzt, alles klar. Oder Julia war das. Ja, wenn ich unten stehe, du Nader. Ich hab gesehen, dass du so ein Haar auf sich hattest, so ein langes. Das kann nur von dir gewesen sein. Nefi, das spielt doch gar nicht mit heute. Spittet euch doch schon gegen mich hier, ey. Kapuze ist Trailer. Warum? Ich hab dir nicht mal geschossen. Warum verfolgst du mich da? Ja, ich wollt schauen, wer da drin ist. Es ist! Es ist! Hallo! Disco! 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 Party! Party! Ich hab das nachgegeben. Ich sag jetzt einen Satz, aber den Satz zumindest drehe ich mich um und schieße. Hallo, wo bist du? Ich hab mir gut gefreut. Abschussfrei, Dalu. Julia ist zum Abschuss frei. Du drückst ja echt auf mir. Ich drück auf Marfa. Jetzt darf ich dir hinterher. Und wenn ich ganz klar hier dran bin, drück ich dir auf. Nein! Nein! Marv! Marv hat geschossen! Marv hat geschossen! Marv hat geschossen! Oh, das war random! Sorry! Was da? Du confirmst dich, Chigo. Warte mal, Chigo, ja? Nein, nein! Ich habe gerade den ersten Trade erledigt. Ich hab nur geschossen alle geschossen! Wer hat noch geschossen? Anne, hast du was gesehen? Hat Nightshade auch geschossen? Ne, ich hab nicht geschossen. Ich glaube nicht, dass es Chigo ist. Ich bin so spät dazugekommen dann. Aber Chigo hat den letzten Kill gemacht. Nightshade ist es dann auch nicht. Der hätte das ausnutzen können. Heißt, es muss Dardash sein? Julia ist noch hier. Das wird wahrscheinlich dann Julia. Ah, Krabs ist auch noch da. Wenn der irgendeine Bombe explodiert, ist es Krabs. Ja, wenn der Bombe explodiert, könnte er mich erschießen. Ich laufe ihm mal hinterher. Er ist wieder pisst, das heißt er ist Traitor. Er ist immer pisst, wenn er Traitor ist. Nee, da haben wir vorhin gepisst, Alter. Wenn man die ganze Zeit nur im Weg rumsteht. Ein Shotgun? Ich habe auch Shotgun-Stoß gehört. Darf ich was? Ein... Krabs, wieso stehst du da an der Tür? Und hast nicht mal eine Scout in der Hand? Warst du grad im Täter-Shop? Hast du dir grad ne Bombe gekauft? Ja. Das glaub ich dir sogar. Na? Na? Leg die jetzt hier hin. Das will ich mir mal angucken. Willst du mir dabei helfen? Ja mach mal. Okay. Pass auf, wer ist das da? Ich trau dir nicht! Das ist Shiva. Das ist Shiva. Shigo! Shigo! WITAR! WITAR! Wer? Wer? Ich habe es auch nicht gehört. Er ist doch tot. Was hat er gesagt? Weil der nicht tot? Der hat Vita gesagt. Aber Vita war doch tot oder nicht? Wenn er halt auf Vita schießen ist. Julia ist auch tot. Okay, auf Julia, Nightshade, Vita töten. Alle die rumlaufen, weil da wird sich jemand wieder zarnen. Klar. Mach' mal. Oh, da hätten wir auch geholfen. Ja. Vita ist es! Der Treffi nicht mehr zu schrecken! Viva! Viva! Wo bist du? Wo noch in dem Haus da, Shiva? Da ist er. Hallo Shiva! Dum 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 dum! Ich warte, ich muss nachlaufen. Das gibt's doch da... Oh crap! Oh my... Dauerfeuer Abenteuer. Ich hab mir keine Bombe bekommen, ich hab einen Molli gekauft. Aber ich wollte ihn dir zeigen, ich hab ihn dir sogar gezeigt Das war fast ein bisschen kluftig, Crabz Danke, Crabz, was denn? Welcher piep, 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 dreifach, Sternchen, toten Kopf mich auch immer wieder gerandomt hat am Anfang der Runde Vielen Dank Geile Nummer Wer hat sich gerandomt? Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung Wieso werden heute immer wieder gerandomt? Ich war gestern dran, also ist heute wieder dran Dir geht's jetzt so wie wir sonst Danke, dass ihr euch mal nur den W9 gesucht habt Das finde ich nett Sag das nicht zu laut, ey Sonst löst sich gleich wieder ein Schuss auf Versehen, ey Gleich löst sich wieder ein Schuss auf Versehen, ey Er vermisst die Aufmerksamkeit Aber naja Der Deagle war da so was Wie du schießt vor allem an in den Kopf der Reife und die fällt einfach nicht um Nee, Vita, ich war zuerst hier, geh weg Vita ist gar nicht bei dir Achso, du bist da oben Doch, natürlich ist er hier Ja, weil ich stehe die ganze Zeit auch in den Raum hier Ich war schon so, hä? Oh, Vita Oh, Vita Julia? Nee, Krabs hat heute den Enderman erschießen Achso Aber ich bin kein Enderman Der Deagle sitzt hier irgendwo in einem Eck Da, Vita hat eine Granate geworfen, ich weiß nicht was für eine Auf Grants wurde geschossen, oder Grants? Nee, auf Grants geht's gut Er ist irgendwie grad tot runtergefallen Nee, 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 nee Das war nicht der Darbisch Julia Was denn? Du bist tot Nein, ich bin nicht tot Ich hab den Apfel runtergeschossen Machen wir den Shotgun? Oh, ist das hier in den Keller? Ja, hier Ja Hat er da? Was kann ich mit der Enderman da sein? Die war ein Schild hier oben und war im Traitershop Marf will mich grad von hinten erschießen Aua Marf Schieß Toßen wir Nein Hast du gesagt Marf Schieß, oder Marf Schießt? Ja Marf Schieß hab ich gesagt Guck mal, ich hab mich hinten in den Apfelkuchen Der ist doch vollständig Nein, nein, nein Vita Was tut er da? Chico, du, du bist mit der Enderman Vita, Vita, wenn ich sterbe ist es Vita Oh lecker Apfel Meine Vita Schott, Vita Ich hab aber hier ne Perle, ich bin ein Apfel Ich bin ein Apfel Nein, nein Bist du ne Perle? Geh jetzt nicht mehr Ah, Kapuze Ich hab das gewählt Ja, ich? Nein Hast du keinen Geschmack, du da musst Ich bin da nicht dran gedacht Schieber, Schieber, Schieber Wo, wo? Hier Hier links Schau mal, Schieber Du bist auch ne Frau Warum sieht das grad auf? Wer ist hier vorbei gelaufen? Ist dir ganz sicher? Kapuze, Wurm Ja Hier, die Wand ging grad auf Da muss Kapuze sein Nein, warum? Ich hab die ganze Zeit meine Perle in der Hand Hahahaha Grüß die mal von mir ey Hättest du den Weg, Schieber, ich hab mich verlaufen Irgendwo ist hin Ich hatte doch jeder schon in der Hand diese Runde Schieber, Schieber, hier 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 Der wurde vom Dach geschlossen Und du zwei? Headcrabs Launcher Schieber, schieber, hier Schieber, hier Schieber, 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 Schieber Schieber, Schieber, Schieber Schieber, Schieber Schieber, Schieber 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 Mark Was ist denn hier für eine Star? Who denn? O, O, O Mark is Traitor, ich bin Detective Mark is Traitor Was ist das? Schieber, Scheiße Oh, der Ande, der Andere, Ande, der Andere Ande und Marf bis jetzt, Leute Anne is down Chico, ab hier Konfirm, Anne Ich hab's und Marf is der Andere Was ist alles? Das sind dead crabs Wo ist Marf? Achso Leul Wo? Bist du dais da durch? Ja, ich bin hier oben. Okay, Mav und wer noch? Dann hast du noch Credits? Habt ihr einen confirmed? Dann ja. Ja, wir haben einen confirmed. Ja, dann ja. Wo bist du? Was machst du da, Shiva? Ich passe auf, dass Mav nicht kommt. Och ne, Grant ist es schon wieder. Wir wollen nur noch Mav, dann ist vorbei. Nur noch Mav, dann ist vorbei. Schau mal, schau wie lieb er ist. Ja, aber du hältst dich bei mir. Es ist Mav und dann ist es vorbei. Schau mal, Tico. Er lebt noch. Wie nennen wir ihn? Unser Horst hier. Hans-Jürgen. Der Hans-Jürgen ist es. Schau wie lieb er ist. Hallo, Hans-Jürgen. Ist das ein Frosch? Nein, das ist ein Headcrap. Der hat sich auf den Kopf und dann übernehmen sie dich. Ich bin auch noch da. Nein, nicht töten! Da, du! Wo ist denn Mav? Oh, Tico, dafür darfst du ihn töten. Hopp Mav! Mav hat jemanden wiederbelebt. Vorsicht, da ist die Traitor voll. Horst hier lebt wieder erst aus. Oh, da war gerade der Traitor. Ja, ja, ja. Ich habe ihn. Dann sollte ich ja nicht meine Munition verschwenden, obwohl ich hier eingesperrt bin. Da ist Horchi hin, Horchi hat der Auto gekillt. Okay, Tico, bleib weg. Ich bin auch noch da. Hier ist Horchi beim Haus. Ich bin unten eingesperrt. What the fuck war das denn? Red, du hast mich gekillt. Doch, steht in der Konsole. Doch, Anne. Ja. Ich war drinnen. Ich. Ich war die ganze Zeit eingesperrt, übrigens. Wollte ich nur mal sagen. Das war die letzte Folge, ne? Ne, das war die letzte Runde. Oh, Leute, ey. Das muss 18 Sekunden angekündigt werden. Ich schieße gerade auf Datum, fliege einfach 18 Meter aus Wasser raus. Wir haben eh schon fast eine Viertelstunde. Ja. Ein edler Ritter war ich. Schau, Tico. Hast du gesehen? Was? Wie machen wir das? Ich dachte, Vita schreibt am Anfang mal dann Heuchel oder sonst so. Man hat einfach nichts gesagt. Oh, geht das? Was? Ich hör das auch mal. Ja, aber hören ist ja jemand, das nicht zu machen. Meine Chance. Meine Falle war, Vita war ja extrem froh. Weißt du das? Wir sind da schon wieder. Achso, ist ja eh noch nicht mit uns. Okay, Vita ist ja so eine Waffe. Achso. Die Eiche Eiche ist. Was? Gott sei Dank. Hallo, hallo. W- Welches buch möcht ich euch denn lesen? Ah, ich komm da nicht runter. Ich denke jetzt in unserem Lied. Alles klar bei dir? Ich komm da nicht runter, hallo. Du bist ein offener Typ, ey. Hallo Anne. Hallo Anne. Hallo, Anne. Alles still Heuchel. Äh warte. Anne. Los, Schieß. Anne hab ich gesagt. Tanz Puppe! Ich fliegt voll viele Kiffchen. Anne schieß, Anne schieß, Anne schieß bin tot. Das war die Chance, Anne schieß. Einer hat geschossen? Ja, Hans! Ja, Hans! Das war falsch, Anna! Kann ich ein Item kriegen vom Detective? Ich hätte auch gerne so eine Grable im Hulk. Ich bin damit eben gerade durch die Gegengeheizt. Trau dir nicht! Wer wäre gerne begrabbelt von Mr. Hulk? Mr. Oh, hätt' ich dich gern geschubst, ey. Arschmiedo! Mr. Granz! Mr. Granz! Oh, hier! Mr. Granz! O-oh! Mr. Granz! Er ist zwar aufgeregt, es ist nicht voisin! Mr. Granz, macht das Geräte! Wer wurde vergiftet? Mr. Granz, summt ihr den? Mr. Granz, guckt das Ding? Mr. Granz, schmiedo! Mr. Granz, schmiedo! Ich laute, die schmiedo! Mr. Granz, ich laute, es ist ein echter Work-Aus. Mr. Gnick, schmiedo! Mr. Granz, schmiedo! Wenn Vita immer noch vergiftet hat er was anderes geknallt. Vita hat die Anna abgeknallt. Vita hat die Anna abgeknallt gerade eben. Was? Ja, er hat sie gerade angeschossen. Oder der kaputte Wohren warst. Nein, nein, nein. Alles gut. Hat's gesehen. Hat's gesehen. Ich bin jetzt ein Zombies. Die Krabs ist wieder so ne Schlange. So ne Schlange? Du bist ne Schlange hier. Der Krabs ist Garnondorf und dann ist es vorbei. Das ist Garnondorf. WTF? Angriff der Killerzombie ist hier. Der schmeißt mich hinter vom Dach. Lebt noch her. Nein, bitte. Ich geh doch eh weg. Was ist das denn? Ein Zombie. Ja. Wie bist du selbst so ein Zombie an mir? Damit du ein bisschen besser riefst. Das ist schon ein Schaden. Jetzt hab ich den verpasst. Alter, die Runde geht seit 20 Minuten oder so. Du fragst mich warum ich jetzt Schaden hab? 20 Minuten? Granate. Habe mich gar nicht angefangen? Papa hat die Granate nach mir geworfen. Wieso hat der doch Schaden, Leute? Eine Brandgranate mit Fehlzündung. Weil das Opfer kurzzeitig gewährt hat. Fehlzündung. Peter ist tot. Anne auch. Wieder random kills. Ja, nicht ganz Schaden wie es meint. Nein, das ist nicht in Ruhe. Aber warte mal. Doch, schieß mal. Wacht ihr da? Wow. Marv ist frei zum Abschluss. Das war's weird. Okay, wo ist Marv? Das ist wie Bowling gewesen. Hä? Was war? Echt? Dallocard? Aua. Ich wurde vergiftet. Ach nein, ich seh wieder nichts. Von Nightshade, oder? Kann sein. Nein. Ich schieß einfach mal auf Nightshade. Ich seh den Namen eh nicht richtig. Ich schieß einfach nur. Warte, du kannst doch gehypt werden. Ja, Nightshade ist es. Du kannst doch gehypt werden, klappst du denn nichts? Ja, kann ich, aber das macht ja keiner. Hier beim Haus. Ich bin oben auf dem Dach immer noch. Und ich seh nichts, deswegen kann ich nicht laufen. Detektiv, Detektiv. Bleib mal stehen, sonst fällst du runter. Detektiv? Gibt's noch einen? 38, 36, 34. Detektiv, Julia gibst du noch? Ja. Ja, dann komm mal bitte hier zu den... Au, au, au. Ist zu spät. Ist zu spät. Oh, toll. Verlass mich nicht. Verlass mich nicht. Verlass mich nicht. Geh nicht. Die Detektiv sind zu langsam. Die, die noch leben. Er ist tot. Er ist tot. Ihr habt ihn getötet. Bäh. Wieso ist das so still hier? Bin ich der Einzige noch? Konzentration! Aua. Oh Gott, ich dachte ich... Oh, jetzt weh. Oh, fuck! Nein! Fuck, 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 fuck! Hilfe! Ich sterbe! Was los! Ich seh nichts mehr. Bist du auch vergiftet? Ja! Aufm Dach! Wie hast das denn geschafft? Verdammt nochmal! Wo ist denn Julia? Ist ja nichts mehr. Sie war bei mir aufm Dach. Und jetzt ist sie weg. The fuck? Damn! Ne, nichts mehr. Oh, oh! Sorry, sorry, sorry! Oh! Entschuldigung! Mit dir ist die Delfiniger aktiviert worden, glaube ich. Hilfe! Wo bist du denn? Im Haus unter... War schön mit dir. Ja, darf denn jetzt überhaupt geschossen werden? Krabs auf alle Fälle! Ihr seid mir eine Hilfe, ey. Da losst du doch rum. Ja, und? Du musst dich um die ganzen Opfer kümmern. Ja, super. Ich sah an die Hände da. Fuck, 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 fuck. Ja, ja, ich kippe sie gerne. Okay, gut. Der ist nicht beleben, weil ich... Na, Crabby Sweeper! Warte mal, ich war zum Abschuss-Freiherd-V-Detective, weil ich vergiftet wurde. Das ist ein ganz typisches Traitor-Verhalten. Ja, die vergiften sich immer selbst. Nein, du bist bereit. Natürlich, warum hast du mich nicht belebt? Ja, tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Weißt du, woran du am Ende gestorben bist? Ich weiß nicht mal...